Es fällt mir schwer zu sagen und es war auch keine leichte entscheidung aber so wie es hier gerade läuft kann es nicht weiter laufen und ich habe mit wirklich mit paar leuten geredet hier von der uni ich habe mit anderen studenten geredet mit anderen spielern ich habe mit anderen trainern von anderen uni gesprochen ich habe mit leuten von zu hause telefoniert und ich bin zu dem entschluss gekommen hier heute noch abzureisen ich versuche jetzt einfach das beste daraus zu machen ich bin immerhin schon in den staaten auch wenn das jetzt hier nicht geklappt hat egal was vorgefallen ist vielleicht sage ich das mal noch in einem anderen video oder ich erzähle es euch privat auf jeden fall wollte ich euch das erzählen jetzt werde ich einfach mal ein bisschen rumreisen ich zeige euch immer wo ich bin aber mit der college-care wird es leider bei mir nichts mehr ich danke euch auf jeden fall für alle glückwünsche die ihr mir geschrieben habt gesagt habt mich angerufen habe was immer ich bin so dankbar dafür wirklich ich habe mich über jede einzelne nachricht gefreut auch über meine über meinen geburtstag dass sie mir alle geschrieben habt das war wirklich super super nett und das hat mir hier auch wirklich aufgemuntert aber es ist es ist wie es ist und deswegen werde ich heute hier noch abreisen und noch in einer anderen stadt fliegen und ihr bekommt natürlich die ganzen loks deswegen ich gehe hier mit einem lächeln raus das war eine erfahrung zwar keine gute aber es war eine und bevor ich da 20.000 dollar zahlen muss will ich lieber weg vielen dank euch ich wünsche euch nur das beste bis bald